Yo Leute, was geht ab? Der einfach geiles Back hier im Start. Mein Greenscreen ist abgebaut, also seht ihr mal ein bisschen meine Hütte hier, ja? Ist ein bisschen unaufgeräumt, aber was soll's, Mates? Also Leute, ich entschuldige mich schon mal hier. Ich wollte ja eigentlich das Video gestern rausbringen, aber Leute, ihr seht, es ist draußen schon wieder dunkel. Es ist 22.30 Uhr. Tut mir leid, dass das sich alles ein bisschen verspätet hat. Ich hab scheiße viel um die Ohren momentan, Ausbildung und nebenbei noch Arbeiten und, 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 und. Alles neu für mich, ja? Also Leute, ich hab euch lieb, ich hoffe, ihr habt Spaß beim zweiten Teil von dem Matchmaking-Video von mir und Dona. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal, peace out. Ja, auf jeden Fall. Will jemand hoch? Geh mal auf den Eiswagen. Ja, ich geh hoch, wie du das sitzt. Warten, dass sich jemand nimmt von hinten. Ja, da kommt Squeaky, Squeaky, Squeaky. Heavy Squeaky. Oh, ich hab dich. Schön. Ja, Alter, ihr habt das nicht gehört seitdem, das war's. Ja, ich war noch am diskutieren. Äh, man, push auf, wie ich die halt spielen. Äh, A-Spiel. Ich war abgelenkt, weil Dona da sich so für die Seife gepackt hat. Ja, noch einer, noch einer. Aua. Noch einer, Squeaky, oder was? Ja, geh rein, Kerre. Ficky mit der Krieg, Mann. Er hat ne A-W, er hat gedacht, die A-W nicht sehen. Danke. Ah, ah! Was ist der letzte? Der ist, äh. Ja, ja, geht. Wo? Er will den Kinn für sich, deswegen sagt er das. Ja, ich sag jetzt halt echt, der ist T-Spawn. Ist jetzt hinter K, oder so. Äh, ja. Und keiner ist bei der Bombe. Ja, der kann auch noch hier sein, Dona. Äh, dann steht der da. Oh, ich hab ihn halt trotzdem. Ja. Nächstes Nacht. Ähm, ich kann PK. Ne, 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 Krieg. Äh, egal. Ich kaufe dir keine Krieg. Das kannst du vergessen. Ach so, kannst du mir die A-W, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ach, da muss ich mir nur ne Pistole. Kann ich mir einen Attack kaufen? Ja. Da liegt. Äh, du hast noch 50 Kunde. Liegt, liegt, liegt. Oh, thank you. Good friend. Dona, hast wieder allein nen Main. Ich, äh. Äh. Oh, wo? Ich glaub, ich fand sie keine Hand. Ich hab einen. Rechts. Ganz rechts. So weit rechts. Schieß einfach durch die Wand, oder so. Wenn du Lack hast, dann... Oh, okay. Ja, da, nice. Close. Rechts. Schön. Okay. Oh, okay. Das... Hat nicht geklappt. Oh, und einer. Ich dachte, wo sie war. Das ist immer, gebe ich mir durch den Smoke. Ich weiß ja, wo ich abnehmen muss. Mit AK, aber. Alles klar. So, das fand ich mal der. So. G, H. Ich hab ne halbe Stunde gewartet, dass der Typ pusht, ne? Ne halbe Stunde. Und genau dann bin... Äh. Nee, nein. Jona. Uuuh. Okay, ich gebe A. Schauen, ob die Shots wieder reingehen. Ich geh'n doch rein. Leute, ich hab... Ich hab Diffuser gekauft. Ja, das ist... Feier. Ja, was? Ja, ist doch gut. Wenn du stirbst, dann müssen wir zu D. Ja, das war... Wir haben vorhin so ein Spiel gehabt. Da hat der eine so... Ja, ich hab Diffuser gekauft. Der wurde ihm das geslaved von uns. Wow. B, 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 B. B, B, B. Aber das ist nice. Mein Diffuser liegt auf B, dann. Perfekt. Ja, wir haben... Ja, Diffuser liegt auf B. Das ist B, Leute. Warum schimmelt ihr noch auf A? Ja, ich guck noch bei A, nicht, dass die Mom alleine geht. Alter, was geht bei Diffuser ab, Mann? Okay. Hä? Einer... Event ist low, halt. Oh, ich legge. Joa. Oh, ich hab Diffus und so. Ich hab den Diffuser getötet. Oha. Ein Wildschneif. Der kann er aber nicht. Einer hast du getötet. Oh. Schade. Okay, okay, R66, 2. Ich hab ihm halt... Ich hab dem Hinterrad den Headshot gegeben, auf dem O... Auf dem Vorderen. Oh, shit. Das ist doch lächerlich. Oh, Mann. Okay, ähm... Ja, mein Diffuser hat's gebracht. Wer geht mit auf A? Weil ich verkriech mich nämlich on spot und warte, bis sie pushen. Ich geh auch. Brand. Ja, dann geh du... Ich mach so... Ich mach Highway, okay? Ich geh auf. Und guck squeaky ungefähr. Ja, ist okay. Also, wenn du bitte Hilfe brauchst... Wenn wir einen Shrek holen, ist das eh gut. Ich hab mir jetzt hier für die Runde gerade erreicht. Ich aim nicht mit der Defensive. Bleib defensiv. Einer B. Nee, der E. Ja, okay, mal auf B. Bretter, ne? Von den größten Pack. Einer vor Wend. Ja, die gehen B. Ich kann auch alleine A machen. Könnt auch B gehen. Ja, Mitte viel. Ich bin low, 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 low. Einer down. Nice. Will work. Fahr da mit der. Ich baum wieder, irgendwo. Ja, noch einer. Ja, warte, warte, warte. 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 Jungs, das schafft ihr, und Mädel. Okay, ja. Let's low, Karim. Könnt zu T-T kommen. Pass auf. Okay. Okay, der will dich halt töten. Wir sind halt Kiergehl. Ach so, ey. Der DNL ist Legend geworden. Okay, noch eine Öko und danach. Ja, tun sie auch nicht. Wir müssen ein bisschen konstater sein. Oh Mann. Boah, mein Herz hat gerade so auf meine Schläfe wegen Brille. Ich kann gerade gar nicht mehr. Kann meine Auerkommen noch aufhalten. Checkst du bist du still? Du bist noch da? Ja. Der ist mad. Der fragt sich gerade, was er falsch war. Warum? M.A. kommt raus. Jo, M.A. kommt. Warte. Hab ich. Oder auch nicht. Weil er mich instilliert. Einer hat Herz. Alle arm. Unshot planted. Egal, wie viel Hits will er noch essen. Der hat ein Headshot und zwei Bodyheads. Du guckst nicht. Ey. Ey. Wäre immer Bock. 55 in 1, Alter. Ey, warum kassier ich denn jetzt? Ich hab eben so hart gerückt, Mann. Ja, dann drück einfach nochmal. Lass dich nicht einschüchtern. Hahahaha. Mach auf die Lampe. Okay. What up? Hier kommt der Boy. Wer mit dir will. Braust du nicht. Ich smoke, äh, CT. Äh, CT sag ich schon. Ne. Äh. Geh mal A, ja. Hättest du so los? Nein. Bleib hier. Alter. 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 Bleib mal hier, Alter. 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 Mann, einer ist Mitte, einer ist Mitte. Einer geht ins Venge. Auch der letzte Outzeit? Hatten die AK? BAM ALTER BUI 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 In his asshole alter Hat einer einen AK irgendwo bitte? Er liegt hier in der Mitte Scheiße ja ich war auf A Kann mir auch jemand? Ah okay egal ich kaufe Famos Ja geht wie greift Dann dropp Was? Hat er jetzt einen geklappt oder was? Ja hier ist eine Piste Dann dropp es da drauf Verliegen zwei Pisten Lick ihm Tex Ich bin ein Junge Ja ich hab mich doch vorregiert Ist doch okay ich sag auch immer Jungs Auch wenn Mädels dabei spielen Äh dabei spielen? Wow Eine Aftung hat Namen Jetzt haben wir das Level erreicht Ich bleib Mitte komplett defensiv Ja bleib ich helf dir dann Ich schau Gabelstapler Sasuke du hast meinen Mama Da ist Dave was? Ich hab so ne Pfand Okay 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 Ja okay der war perfekt Ja die kommen an die kommen an die kommen an die kommen an Ich flash rüber Ich fühl mich halt so als wäre ich stoned irgendwie Ja ja same Du bist verlass Ja aber die Bombe ist immer noch nicht da oder? Dad rein Ey geht nicht drauf Ey lol Ja die A haste zu mir getrappet Hörer Mahn yea Hiiw Fick mir doch die M4, man. Du! Einer Highway. Einer Squeaky. Hier, nimm mir M4. Einer, linke Seite. Einer, dass ich Onspot bin. Belton, die ficken uns. Leute. Wirds jetzt ein A? Ja. Okay. Mach Refrack, mach Refrack. Der hat Half-Life. Noch einer. Ja, der hat Half-Life, der Typ. Ja, schön. Aua. Hier ist eine. Hast du ja beide Arme? Ja. Ja, ich kann da mal M4 legen, wenn sie da muss. Ja, ich kann selber kaufen. Haben die eine Echo jetzt? Ja, ne? Äh. Jo. Müssen sie eigentlich haben. Ja, nee, ja. Vielleicht haben die auch... Ja, nee, ja. Ich helfe dir mal. Sonst wird Zweifel so gut. Irgendjemand, die bin ich mir ein bisschen pushen, oder? Nein. Okay, Digga. Okay. Ey, mach was, Junge. Ich war nix. Okay, Bomben, Bomben. Junge, ich bin Jumpshot. Jetzt macht es ja P. Step of A, ihr macht das allein. Fuck. Jetzt! Ah, ne! Loil, was macht ihr da? Ey, was war denn das? Ey, mach sie bitte ab. Äh. Ihr führt gerade ein... Jetzt. Der ausgeprägt ist im Team. Ich war halt einfach full und musste so raten, wann ich abdrücke, so. Nach dem Motto. Und hab dann einfach jetzt gesagt, dann... Hab ich eigentlich getötet. Kann einer M4 tropfen, bitte? Ja. Aber A1? Ja, ist super interessant. Sorry fürs Rumschreien. Aber jetzt sind wir wach. Wow, das ist wie richtig Toxic. Was heißt Toxic? Ja. Ich bin gerade in so ner Laune, da... Du, ich mach das auch voll auf. Ich mach das sogar bei intern. Gegen Subs noch Bock? Ich bin übelst müde und... Aber die raffen das eh nicht. Das sind keine Deutschen. Aber meine Smog ist ein bisschen verkackt. Ey, guck mal wie der steht. Ich raffe auch. Mitte steht. Nein! Ich bin eigentlich ver... Okay, main 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 main. Ah, eine Highway. Vorsicht. Zwei Highway. Einer geht Z-Gang. Z-Gang down. Schön. Noch einer, oder? Einer mit. Einer mit. Ich kann nicht da nicht drauf gehen. Ich flash mal raus. Na, na, la, 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 la. Ja, das war das Sandwich. Komm, ich mach das. Die gehen A, die gehen A, die gehen Highway 2. Komm, hol's, hol's. Bei Highway und einer main raus. Allspot. Gieß down. Drei. Drei. Ich war so drauf, Mann. Ja, was? Naja, du bist halt, glaub ich, gelaufen, oder? Mal, du leg mal Pissless, bitte. Galileo Mystery. Ja, wollen wir mal irgendwas rushen? Mal, du leg mal eine Piste, bitte. Kennst du doch nicht bei Galileo Mystery? Ja, ne? Ich leg mal noch eine, bitte. Okay. Jetzt hab ich die P254. Der legt B2000, Alter. Und du, dann leg ich da hin. Ja, okay. Aber Pisten hast du gelegt. Ja. Kann mal einer mit A kommen? Ja, ich komme. Ich wollte eigentlich pushen, aber zu spät. Naja. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. VB, Alter. Der Typ ist einfach... Ja, was? Lass Exit Tracks machen. Zwei Mitte. Zwei Mitte Window. Wow. Ich hab kein Bock mehr. Komm, die B. Was ist denn da? Ja, hey, Alter. Ja, eine, eine ist. Mein erster. Oh. Oh, meine Augen. Ich kann... Nimm jetzt mit Kontakt hinten, musst du alle zwei Sekunden blicken. Junge, rip, Alter. Der Exit, Alter. Willkommen bei Call of Duty, Alter. Nein! Mann! Warum? Ey, dieser T2 hier hat immer voll Fokus. Ich raste raus. Ich hab so ne Low Smoke in der Mitte geschmissen. Er guckt trotzdem offensiv mit meiner linken Seite, Alter. So, Leute. Wir kaufen, oder? Ne? Kann ich, äh... Track 7, Main. Äh, ich überschussquick geht durch mit der MP7. Okay. Das wird was. Ich sag euch das. Kann man hier noch ne Pistol legen? Nee. Hab ja, Mann. Soll ich mitkommen, oder willst du alleine? Ja, ich komm, ich leg dir USB. Was? Soll ich mitpushen, oder willst du alleine? Nein, nein. Digga, du kannst agieren. Ich hab das hier easy. Ja, ja. Sagst du mal. Okay, ich bleib mal hier ans Punkt. Call dir, wenn was kommt. Jo. Digga, komm mal jetzt. Hilf mir. Okay, jetzt. Aber Jungs, keine Runde mehr abgeben. Nein, das ist auch. Ich geh weg. Wunderschön. Schön, 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 schön. Wunderschön, schön, 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 schön. Das heißt, dann müsste Mitte vielleicht nur einer sein, irgendwo. Warte mal, ich flasche raus, dann haben die keinen Fluss auf dich, wenn du guckst, Dona. Einer ist ab, aber wo ist es Dona? Ich flasche jetzt. Und geflasht. Einer war noch vor B. Habe ich ihn? Einer ist vorbei. Einer ist vorbei. Kannst du mich auch boosten, vielleicht? Warte, warte, warte. Äh, Bombe down. Oh, er steht halt echt da. Wo ist er? Close to text. Eierstöcke. Oh mein Gott. Bobby, ihr müsst den holen. Ihr müsst den holen. Die chillt einfach. Schlackert und krollt eure Eggs. Aber ich hab keine. Eierstöcke. Eierstöcke. Du lebst ja auch nicht mehr. Aber. Ja, komm. Schön. Macht halt auch irgendwie keinen Sinn, ne? Dass die Natur den Frauen Eierstöcke gegeben haben, wo aber kein Ei dranhängt. Naja doch, du hast ja deine Zellen. Kann mir jemand jobben? Vor Monat. Danke Karani. Nochmal, nochmal. Das war gut. Jetzt kommt die von Biva. Kex, leg mal... Ne, leg nichts. Leg mal ins B. Leg mal ins B. Guck mal. Dona ist wieder der Anti-M8. Ah. Ja, Tek, soll ich dir helfen? Ach so, oder? Ach so, er gibt's gar keine. Ich schon helfe. Okay, sonst, ich bin alleine auf A helfen. Ja, dankeschön, Kerl. Hast du geflasht, die Gutsche? Ja! Jungs, ihr redet gerade zu viel, ich höre nichts. Sorry, sorry, sorry. Einer ist door. Ihr habt den Bomben gespottet? Ja, der ist unten schon drinnen in der Scheiße da. Yellow. Door habe ich weggeflamed. Mach einer. Alter, uns gut. Ey. Okay. Das sind Dings von dir, aber ich... Weiß nicht, ich versuch mal zu safen vielleicht. Avilamente. Auf hinter dir, kommt dann vielleicht... Ja, okay. Okay, safe auf jeden Fall, du bist low. Sprich von oben runter und stirb. Nein. Schade. Gut. Ey, dieses Tryhard-Match, die sollen jetzt endlich mal verlieren. Ja, ehrlich mal. Ich bin... Ich bin... Vor allem, ich muss so viel noch machen. Ich muss schlafen. Sechs Stunden Schlaf gehabt. Zu wenig. Wow. Ja, ich muss morgen auch früh aufstehen. Also es hat niemand damit ein Problem, wenn ich das auf YouTube hochlade, das Match beispielsweise. Nee. Oder die anderen Matches. Ah, Kabel war ich slow, aber auch ja. Ey, ich wäre dafür, dass ich den Kabel hochläte. Oh! Oh, schön. Also ich würde so oder so schneiden und so weiter. Also man sieht, glaube ich, eh nicht so viel. Ja, egal. Nein, lad ruhig hoch. Wenn man wirklich auf Cash drücke, ist egal. Okay. Wenn man sieht, dass ich auf Kabel drücke. Kannst du Text, kannst du mir ne Pisse legen, bitte? Äh, okay. Mir auch, bitte. 5-7. Mir auch, 5-7. Dankeschön. Dann können wir pushen. Wollen wir holen? Danke. Also wir brauchen jetzt diese Runde. Uli, Uli. Ja, wäre halt gut. Anti-Echo. Holen. Weil ich finde, die spielen gar nicht so gut. Ich aim mal. Ich aim mal. Wird hier was? Hört der das? Fing mal durch, please. Ey, der ist so lächerlich ohne Scheiß. Kannst du in der Mitte gucken, Blau? Ja. Die gehen eh B. Das zeige ich jetzt schon. Ja, aber man weiß ja nie. Weil es weiß nicht nur einer von denen auf A. So, ich finde das in den Weg. Sind ich in B drauf? Nee, noch nicht. Bitte, 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 Hilfe, 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 Hilfe. Okay, bleib seit. Ich komme vom High. Ja, okay. Der hat mich... Ich muss kurz mal... Flash auf A. Yo. Der hat sich Highway, Highway. Hinter dem Hütchen. Hinter dem Hütchen. Hinter dem Hütchen. Der kommt von hinten, Jungs. Ich hab den vielleicht, wenn der rauskommt. Amen. Yo, nevermind. Der kommt, der kommt. Pass auf. Nate, es wird A. Komm alle, einer kommt. Zwei A. Einer ist low. Fokus auf dich. Ich raff das nicht. Der hat mich halt gesehen, Mann! Ey, 25 Jahre für absolut gar nichts. Was mache ich da? Warum schwitze ich mir die Balls weg? Okay, nochmal. Ich würde sagen, nur Pistol kaufen. Vielleicht mal irgendwas rushen oder so. Wir brauchen unbedingt Waffen. Ich kann ja mal Mane reinpushen, oder? Lass mal mit. Alles klar. Cock im Mund. Ne, ich rieche los. Wow. Immer diese Angst. Ja, das ist so schlimm. Man triegt einen Schluck, will was callen. Geht aber nicht. Ja. Weil Cock hört sich ja auch so an. So, da ist Mane. Mane ist was. Aber guck mal, normalerweise gehen sie jetzt sofort Mane raus, ne? Pass auf Squeaky auf, ja? Pass auf Squeaky aus, genau. Ich bin Squeaky schon durch. Ähm, können wir Crossfire machen, Blau? Ja, ich flasche einfach. Warte. Ich flasche und zieh mir beide rum. Naja, die stehen schon B. Wie aber camp der Bastard. Ich geh Squeaky, ich geh Squeaky. Oh, Alter, war das knapp. Also die haben, die sind auf jeden Fall noch Mitte Mane drin. Ich kann's schaffen, Leute. Ich würd gern die Tür zu machen. Die kommen B. Die kommen B. Blau, hörst du, wenn der weg geht, was Squeaky? Ja, helf mal B, helf mal B. Lass es dir verschieben. Hm, ich will nicht von hinten sterben. Ist ja alles so schön. Ey, guck dir das mal an, Mann. Lass auf Exit gehen. Jo. Jo. Jo, einer Captain mit der Garage läuft da. Warte mal. Der Typ ist halt echt eigenartig. Ja. Ja. Komm, peak doch. Ja. 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 Das war genau der, der schon abgehandelt hat, wie OnSpot. Ey, es ist so lächerlich. WTF? Ja, kann ja sein, dass sie das nicht verraft haben, aber ich hab halt keine Ahnung. 256 Spielstunden. Ja, okay, alles klar. Ja, ja. Mein Armeen piekt mit Armeen. Das fackt schon wieder. Mich schnappt. Ich hab jetzt einfach alle reportet, weil ich mad bin. Nicht, weil du fackst. Ich fackst. Ähm, ich smoke ein Main. So sucken tue ich gar nicht. Aime nicht Highway, ich aime nicht Highway. Ich gehe, ich gehe, ich gehe, B. Einer ist vor Vents. Die haben das Zug gesmockt. Main ist clear. Es sind auf jeden Fall drei Leute mindestens. Vor Vents steht. Drei Mitte irgendwo. Ich hab dich gesmockt, glaub ich. Ich bin full flasht. Äh, das war meine. Pass auf das, wenn es einer vor Vents ist. Vor Vents ist, ja. Es hat die Minimap mir gesagt. Einer ist mitgelau, ich spiel 24. Ja, den kannst du holen. Pass auf das Kerl. Einer ist 24, ja. Schön Jungs, okay. Und Mädels nicht abgeben. Wird, wird, wird. Wartet mal, wartet mal. Wartet mal. Weht einfach. Der Schröber. Ich hab drüber geflasht. Ich snade noch kurz hinten. Hä? Ja, der ist on spot, der ist on spot. Irgendwo. Einer kann squeaky sein. Einer ist Y. Schön. Was? Zum Fick. Wo ist denn der? 50 HP. Tja, da ist der Boy, der ein Kit gekauft hat. Ja. Und das andere Ufer. Da liegt es. Da, da liegt mein Kit. Wow. Okay, wir müssen noch, wir brauchen eine Runde. Können wir nicht mehr probieren. Braucht irgendjemand was, ich kann irgendwas droppen. Warum sagte ich, was die Carries hätte behindert? Plap. Plap. Alles kauf. Ich werde auch gecarries. Kauf Kit. Kauf Kit. Hab ich was? Ne. Ah, ah. VB auf jeden Fall ne Awe. T2. VB ne scheiß Awe. Vent geht rein. Es wird ein B, Leute. A1 hat B low. 10 HP B19. Warte mal. Oh, oh, oh. Guck mal wie der spielt. 4 HP hat der. 4. 4. Schön. Oh, ich hab halt mein Leben reingesprayt in den. Hi, wait. Ja. Hinter dir. Ich hasse ihn. Hinter dir. Pass auf. Yo. Du bist sterb, du. What's up? Wie hat er mich jetzt gesehen? Ja, diese Hustly, Alter. Ja, der wird reingesprayt, weil... Whatever. Okay, Leute. Das ist jetzt do or die, ja? Ja. Ja. Wir müssen irgendwas stacken. Ich glaub sonst würde wir rip. Aber wir dürfen uns nicht zeigen. Ja, ich würd sagen A. Äh... Oder wir machen... Wollen wir alle mal durchs Creaky einfach? Ja. Können wir machen. Aber das Problem ist halt, wenn die Mainen dann durchgehen, dann sind wir instantan. Ja, dann bleibt halt einer hier on-spot blau oder so. Egoi. Einer so hoch. Hauptsache wir re-frangen. Wir müssen mehr re-frangen, weil das tritt sonst nix. Nice. Bommen wir dann. Bommen wir dann. Perfekt. 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 Highway. Highway. Hier. Boosted einer und einer unten. Boosted noch einer. Nice. Boosted. 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 Ja, Leute. Komm. Drei gegen eins. Nice, nice, nice. Ich baue ne Waffe. Digga, the dream. Das ist eine AK. Ich baue mir die. Nach rechts. Nein! Oh, das ist eine AK. Okay, lasst du nicht. Schaut euch nicht. Ich hab nur ne Molitov. Molitov. Ich komme nicht weg. Ich komme nicht weg. Das darf ich nicht holen. Aber mach Crossfire. Mach Crossfire. Saske, stell dich ganz rechts. Ganz rechts. Ja, so ist gut. Ganz rechts. Nein, komplett rechts. Wo sind die Bomben? Achter. Warte mal. Crossfire, weiter runter. Wir müssen safe rausgehen. Kommt da von hinten, Alter. Wär ja zu lustig. Ja. Okay. Nice. Fett klick. Peace, Leute. Schrauben, nachsubene. Du. 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 Du.